Ja, also gerade ist ausgegangen, aber ich habe das natürlich mit Bravour fertig gemacht. Herzlich willkommen, nahrungsloser Anschluss. Ich packe mein Koffer... Ich packe mein Koffer... Und nehme mit, ein Ersatzrad, ein Jutebeutel, eine Schmutzki-Band, einmal Katja Grasewitz. Einmal Gate Butters, einen Furz, einen rosa Campingstuhl, einen nackten Mann und einen Bus voller Asiaten. Einen stinkenden Hippie, einen Müllbeutel und die neueste Platte von Scooter. Und danach nehme ich ein Absperrband, einen Dixi-Klo und drei Kaumuckern und den linken Hoden von Till Lindemann. Ach so, was, wie heißt der? Till Lindemann. Danach nehme ich die neueste Staffel von Game of Thrones und ein Reichsfeld von Monsanto. Das N von Citroën, die HW11 und der Stürmthaler See. Boah, Stürmthaler See, der Buttplug mit Donald Trump drauf. Hier ist ein Blitzhand drauf. Ja, hier am 30. Aber ich glaube, der Blitz ist auch nur die andere Seite. Du bist übelst fit, Alter. Also, du kriegst die ganze Scheiße und kannst ja noch Manu rum direkt. Donald Trumps Buttplug mit Aufdruck von Donald Trump. So, danach hatten wir Nosterra Forts, Chemtrails, einen Aluhut. Ich hatte Supercalifragilistik, XP-LG-Tisch. Der da vorne hatte ein Wörterbuch mit Ack, Windräder. Eins nur. Ein Windrad. So viel Platz ist echt in dem Koffer. Hauptstraße folgen jetzt. Kennst du dich aus, Manu, jetzt? Nee. Ja, einfach die Hauptstraße. Und jetzt eigentlich nur noch geradeaus. Ein Windrad von Manu. Ich hatte dann einen Vibrator. Dann hatten wir eine Batterie, die nur fünf Minuten hält. Einen Lilliputana, eine Spiegelreflexkamera, eine Heidi Klum, einen Eierstellen-Sollbruch-Verursacher. Dann hatte ich... Oh, fuck. Was hatte ich denn dann? Eierstellen-Sollbruch-Verursacher hatte Manu. Ah, ein Roller. Wenn man sich weiß, das ist immer das, was man vergessen hat. Wenn man sich weiß, dann hat er irgendwas für die Aseanen. Danach haben wir einen Bus voller Mongolen mitgenommen. Zehn Kilo Hackfleisch, ein Gummibaum. Ein Gummibaum hatte ich. Kalla hatte jetzt noch... Was brauchen so Gummibaum? Ah, eine Gießkanne-Vollorin. Genau. Und einmal... Boah, was hat Manu gesagt? Digga. Für die Asiaten. Für die Asiaten war das was? Ah, eine Penispumpe. Genau. Und ich nehme noch mit... Also ich packe das auch noch in den Koffer rein. Ich packe noch einen Ersatzkoffer rein. Jetzt muss es langsam so vollwirken. Einen Ersatzkoffer? Ja. Ja, stimmt. Du denkst blitzig, stimmt. Boah, das gibt vier Minuten. Das ist halt, glaube ich, auch das Letzte, oder? Wir sind halt in drei Minuten da. Ja. Ja, also ich würde sagen, ich habe gewonnen. Hä? Nichts mehr auf die Reihe. Du musst nicht mit dem Taten. Ja, also ich muss schon sagen, das ist halt... Also es ist schon ziemlich gut. Also wenn jemand ein Spiel gegen mich spielen wollt, ich packe meinen Kopf aus. Boah, der hat halt auch noch gesungen. Also es ist halt schon hart, Alter. Schreib mich an, auch. Du musst herab aus. Okay. Äh, nice. War ein gutes Festival. Tschüss.